Ich bin die Marion Rasch, ich habe in Fulda eine Eventagentur, die nennt sich Marions Events und Trends und wir machen unter anderem ganz tolle Sequel-Touren. Es geht los mit der ersten Stunde, die kostet 35 Euro pro Person, dazu kommt aber noch eine halbe Stunde Einweisungszeit, man muss ja erst üben. Ihr stellt euch da drauf, das Ding wiegelt sich von alleine aus, ihr braucht das Gleichgewicht also nicht von dem auch noch mit übernehmen, so wie beim Fahrrad, deswegen dauert das prima, dauert fünf Minuten, dann hast du das Konzept verstanden und hier erlebst du Fulda auf eine ganz andere Art und Weise. Du kannst mit den Segways direkt am Dom vorbeifahren, die Michaelskirche genießen, hoch zum Frauenberg, wenn man das alles laufen müsste, das wäre ganz schön viel und dann wieder runter in die Altstadt, die Barockviertel der Stadt genießen oder auch die ganzen Monumente abfahren, den Bonifatius kennenlernen, der Gründer unserer Stadt und ganz viel Kultur erleben ohne schwere Füße und vor allen Dingen alles in kürzester Zeit. Das kann ich euch allen empfehlen, kommt mal nach Fulda, erlebt das mit uns zusammen und genießt die Stadt mal ganz anders. Wir werden ja als streng katholisch erzkonservativ und politisch rabenschwarz betitelt, stimmt.